Der World Sinem Fund ist die Filmproderung der Berlinale und wurde 2004 als Initiativprojekt der Berlinale in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Bundes gegründet. Es geht also um Filmproderung. Wir unterstützen Filmproduktion in Krisenregionen und in Regionen, die nicht über eine optimale Filmindustrie verfügen. Es geht um die Forderung von Projekten, die eine starke kunstrische und inhaltliche Identität haben. Es geht also um Geld, aber es geht vor allem um China. Wir versuchen auch international Kooperation zu unterstützen. Das ist eigentlich ein wichtiges Teil der Identität vom World Sinem Fund. Also Kooperation zwischen deutschen, europäischen Produzenten und Produzenten in der Vorderregion. Wir spielen also auch eine wichtige wirtschaftliche Rolle. Wir haben nicht so viele Regeln, trotzdem haben wir einige wichtige Dogmen. Die Filme von World Sinem Fund mussten von Regisseuren und Regisseurinnen aus der Vorderregion gedreht werden. Und das Geld von World Sinem Fund muss unbedingt in dieser Vorderregion ausgegeben werden. Die Filme von World Sinem Fund mussten nicht unbedingt bei der Berlinale laufen. Sie sind also frei und sie werden genauso wie alle Berlinale Kandidaten behandelt. Trotzdem gab es im Laufe der Jahre viele World Sinem Fund Filme bei der Berlinale und 2018 gibt es fünf davon. Ein Film im Wettbewerb, ein wunderbarer Film aus Paraguay. Es gibt zwei Filme im Panorama, ein Dokumentarfilm aus Brasilien und ein Dokumentarfilm aus dem Kongo. Und im Forum des Junges Filmes gibt es zwei Filme aus Argentinien. Berlinale bedeutet für den World Sinem Fund auch Berlinale World Sinem Fund Day. Das ist für uns sehr wichtig als Zeit der Reflexion, der Auseinandersetzung mit der Zukunft. Und beim World Sinem Fund Day 2018 wird es doch um die Zukunft gehen und vor allem um Innovation. Innovation spielt bei uns eine wichtige Rolle. Wir sagen immer, so World Sinem Fund und Innovation, das passt zusammen. Wir haben eine starke innovative Identität. Aber was bedeutet eigentlich? Wir werden uns mit international renommierten Filmkritikern darüber unterhalten. Beim World Sinem Fund Day 2018 wird es auch um Kooperation gehen und die Wirkung der Kooperation zwischen deutschen, europäischen Produzenten und Produzenten in der Vorderregion. Und es führt auch um die zukünftige Rolle des World Sinem Fund im Rahmen der deutschen Filmförderlandschaft. Willkommen beim World Sinem Fund Day und bitte vergessen Sie nicht, die World Sinem Fund Filme zu sehen. Es lohnt sich auf jeden Fall.